Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Soulmask. Schön, dass ihr da seid. Wir sind zu Hause. Ich habe ein bisschen Zeit damit verbracht, einfach nur abzuwarten. Unser neues eventuelles Stammesmitglied ist ein bisschen dabei, gesund gepflegt zu werden von mir. Ich habe das Tutorial einmal eben durchgelesen und ich konnte sie auch mit Verbänden versorgen, also wirklich gesund pflegen. So, das ist vielleicht auch Anerkennung und Dankbarkeit, warum kommt sie wieder wach? Es mag nicht davon, dass ich sie K.O. geschlagen habe, aber das ist erstmal egal. Liegt jetzt hier fleißig vor mir rum? Ich gehe mal davon aus, wir haben gleich die 500 erreicht, genau. Und dann soll ich da wohl nochmal E drücken, um die Rekrutierung abzuschließen. Das werden wir natürlich ganz gemütlich abwarten. Ich werde aber einmal mehr Tensiv wohl noch mehr Kisten bauen. Weil das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Na, hier Strohkiste. Was fehlt? Stroh? Tatsächlich Stroh und Fasern. Ja, nö, dann. Wohl, hast du nicht beides gesammelt? Stroh, Faser. Aha. Zwei Stück. Kräuter sind keine Pflanzen. Aha. Stimmig zu. Drei übereinander. Cool. Können wir noch eine Fede draufpacken? Ich weiß nicht, ob das geht. Ha, cool. Wir sind hier einfach mit G auch nur Pflanzen drüberpacken. Ja, tatsächlich. Cool. So, wie weit bist du? 500. Äh, Rekrutieren. Ich hätte vorher irgendwo noch lesen können, was ich kann. Netz einstellen. Hygiendistanz. Automatisch essen. Kampfstil. Als Fernkämpfer mitnehmen. Das heißt, ich kann dann meinen Kompagnons da einfach Fernkampfwaffen geben, während ich dann im Nahkampf rumdresche. Uh. Äh. Arbeit. Wird hier eine Werkbank? Ich habe den Schreinertisch. Was kann ich dir noch geben? E-Champs-Lagerung. Bahnverwaltung. Werkbankbeauftragung. Wird automatisch beschädigt, die Gebäude reparieren, dem Leuchtenfall sowie Leuchtungseinrichtungen Brennstoff hinzufügen. Und wenn du nicht willst, dass es... Ist das cool gemacht. Bediene Werkbank, geh einfach da ran. Was schon. Achso. Achso. Ja gut, ich möchte eigentlich jemanden Werkzeuge herstellen. Boah, das scheint nicht so einfach umzusetzen zu sein. Arbeit zu weisen. Okay, das habe ich schon gelernt. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr bieten. Ich würde aber wirklich gerne eingehen, dass die mir automatisch Werkzeuge herstellen oder auch reparieren. Ich würde mal ganz kurz gucken, ob ich das hier irgendwo finde. Aber Tierzucht oder so, dass wir schon mal in diese Richtung gehen. Bestien Knochenwerkzeuge. Ah. Blostanzstärke 10. Habe ich so erreicht. Geil. Mittlere Handwerkskunst. Reparaturbank. Oh, wieder 15. Ja, das wird nichts. Das heißt, hier komme ich schon gar nicht weiter. Alles 15, ne? Schade. Das heißt, ich bin hier... Tierzucht. Oh. Wasserschweinstall? Dien zum Züchten von Wasserschweinen. Um Wasserschweinen zu züchten, muss ein junges Wasserschwein mittels einer mittleren Falle eingefangen werden. Hühnerstall. Dien zum Züchten von Truthähnen. Um Truthähne zu züchten, muss ein junger Truthahn mittels einer kleinen Falle... Oh. Gott. Ja. Papagei gestellt. Dien zum Züchten von Papageien. Ja, gib mir alles. Her damit. Oh. Wo kriege ich die Fallen her? Da. Ist mir egal, was es kostet. Kleine Falle. Fangen wir mit Truthähnen an. Können wir Eier? Da können wir schon mal eine Nahrungsfolge... Oh. 30 Holzplatten. Nicht, dass ich irgendwie da jetzt hinpacken... Wie war das? zur Planliste. 30 Stück, bitte. Okay. Du brauchst dafür... Baumstamm. Haben wir nicht da, ne? Ein bisschen haben wir. hier. Weil du brauchst eine neue Axt. Hier, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Viel Spaß. Und wie sorge ich jetzt dafür, dass die Materialien zu der Werkbank kommt? Das ist ganz schön gross. Arbeit. Oh. Werkstatt sammeln. Dann kannst du auch bestimmte Sammelgerichten auswählen. Segewerk, Ausgrabungsstelle oder Sammelfeld errichten. Was zur Hölle kann man denn hier alles machen? Ich krieg die Krise, wie geil ist das denn bitte? Lagerunterhalt? So, nee, nee, warte. Kann ich irgendwie... Arbeitsort? Reiner Tisch? Arbeitsziel? Kann ich die jetzt nicht automatisch das machen lassen? Okay, warte mal. Dann fange ich doch schon mal damit, indem ich die Baumstämme einfach rüber packe. Tag mir, entweil? Ich lauf Betreuer. Ich lauf Betreuer. Leisig, du passt nicht durch die Tür. Die passt nicht durch die Tür. Wow. So, jetzt kann ich hier nochmal zu sortieren. Lager einstellend. Pflanzen. Mineralien. Stein? Genau, das lassen wir doch so. Genau. Und hier macht automatisch ein Symbol dran. Wie gut ist das denn? Alles hier rüber. Oh, mach ich hier oben. Gustav. Muss er nicht noch eins stellen? Hä? Tiere? Was ist da? Ist das... Gott, ich liebe es! Der Gebäude. Nahrung. Hat sie jetzt die Sachen selber rangeholt? Doch, tatsächlich. Oh. Okay. Was kann ich hier eigentlich alles sehen? So. Kann ich mir einen Namen geben? Ah. Ha. Die neue. Oh, sie erinnert mich, weil sie zu groß ist, um durch die Tür zu kommen. Ich nenne sie mal Diana. Haha. Was war Diana? Die Riesen. Seven Deadly Sins und so. So, was kannst du denn? Ursprung? Kämpfer. Warm Up. Das ist ja auch zum Tanzen irgendwo hinstellen. Das ist ja wirklich wie bei Conan. Ist das... Das ist so geil! So, ich wollte einen Stall bauen. Einen Hühnerstahl. Baumzweige und dickes Seil. Gut, für dicke Seile wäre nochmal gut. Ich könnte dann... Genau, ich werde jetzt meine Steinsichel noch einmal komplett verbrauchen. Und dann gucken wir mal, ob wir Bestienknochensichel machen können. Und dafür muss ich dann wahrscheinlich tatsächlich Tapir jagen. Kann natürlich wieder an die Ruine gehen, wo die etwas aggressiveren sind. Damit es mal mit Wissen besser geht. Praktisch werden es aber nicht genug sein. Das Konzept eines Wassersammlers hat sich bei mir aber noch nicht wirklich ergeben. Ja, will ich nicht hier leben und bauen. Ich würde eine coole Ecke finden nochmal. Aber für den Anfang ist das super. Ich dachte, ich mache die Sense jetzt hier bewusst einmal kaputt. Beziehungsweise ich kann sie auch meiner Arbeiterin geben. Nehmen wir am Arbeiter. Ja klar, das geht natürlich auch. Äh... So... Dann... Viel Spaß damit. Mach mal. Du kriegst auch noch nette Waffe obendrauf. Einfach nur so. Du kriegst auch noch nette Waffe obendrauf. Einfach nur so. Wo sind die... 22 Holzplatten, die schon erledigt sein müssten. Wenn alle nur 8 fehlen. Hast du die Midwinter? Tatsächlich. Vielleicht keine Kiste habe, wo du sie unterbringen kannst, ne? Okay. Warte mal. Das ist aber ein lösbares Problem. Nochmal drei Stück. Oh. Komm, vier. Was soll der Geiz? Oh Gott. Kennen sie sogar daneben? Oh. Das ist es nicht. So. Einstellen. Alle Arten. Ne, ne, ne. Alpfertiges Produkt. Rubbestoffe, Leder, Seile, Holzgriffe. Genau. Das habe ich doch gewusst. Und die nächste Kiste bitte. Äh? Nerven, Rüstungen. Wird ich die Werkzeuge noch einpacken, ne? Ja. Okay. Spiel. Behälter? Naja. Mini ziehen. Komm, passt schon. So, jetzt müsste ich hier doch überall... Na, ich hab noch Waffen, ne? Mit G wie Gustav Dinge loswerden. Und ihr habt jetzt auch alle Zugriff auf diese Dinger. Jetzt würde mich halt nur mal interessieren, ob ich auch irgendwie schaffe, darauf Zugriff zu kriegen, einfach nur fürs Craften. Waffen, komm, passt schon. Hatten sie jetzt auch halbwertige Produkte und alles drin? Nee. Ich fände es schön, wenn du die Sachen auch alleine wegbringen würdest. Das wäre echt ein Träumchen. Du machst das ja, weil du sammelst, ne? Wegen noch acht Platten. Wir haben auch gerade keine Holzstämme. Das ist okay. So, was brauch ich denn noch für den Stall? Wenn nicht, mach ich mir gleich neue Werkzeuge. Erstmal. Der Rest ist kein Problem. Gut, das heißt, wir machen uns jetzt die Knochenwerkzeuge. Warte mal, abbrechen. Grenze. Was musste ich denn dafür jetzt noch lernen? Na egal. An Hackmesser bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob sich das jetzt wirklich lohnt, aber stell dir eine Hand her. Bestienknochen und Holzgriffe. Habe ich da noch was von? Nein. Bestienknochen. Okay. Holzgriff. Nix da, ne? Ich packe das auch mal mit drauf. Auch noch fünf davon. Die Frage kommt, diese Stämme jetzt von alleine da rein. Sie hat noch keinen neuen geholt. Warum nicht? Das hat doch sonst nichts zu tun. Oh. Wir haben die zweite Axt durchgehauen. Oh. Gut, dann machen wir eine neue Axt. Wollen wir wahrscheinlich wieder Äste, Dino und Zweige? Hier oben müssten Steine sein. Oh, ein paar. Meige. Auch ein paar. Machen wir fünf Äxte. Okay. Nochmal drei Sensen. Die kann ich ja jetzt alle in die Kiste packen, ne? Nochmal auch nochmal vier, fünf von. Okay. Es gibt jetzt einen dicken Stapel EP. Das läuft alles durch. Und im besten Fall kann ich es in die Werkzeugkiste... Ich habe hier jetzt eine. Und sie holt sich jetzt eine Axt raus. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte. Jetzt würde ich dir... Ich konnte die einstellen. Dass du... ... die Werkzeuge automatisch wegpackst. So. Feichern. 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 Okay. Läuft. Gut. Handwerkskunst läuft auch durch. Okay, ich fähre jetzt auch nochmal auf ein paar Bäumen rum. Nicht Rügend-Ausdauer. Das ist okay. Okay. Können wir eigentlich auch mal gucken, ob wir an unserer Masken mal was machen können. Haben wir ein paar neue Steinchen gefunden. Glaube ich. Zwei. Na gut. Sind nicht so viele. Noch mehr Speicher. Den nehme ich sofort. Weil dann ist das, wenn ich mir mal jemanden holen will, gar nicht mehr so schwer. Cool. Ach so, machen wir mal mein Lämpchen wieder aus. Sieht unnötig Haltbarkeit. Schon die ganze Zeit. Läuft das jetzt von alleine zu Ende? Sonst sind Stämme im Lager. Holst du dir die da jetzt? Ja, tatsächlich, ne? Weile Scheiße. Da sind mir noch ein paar Weinreben. Die müssten ja auch noch rumfliegen. Falsche Kiste. Dann machen wir mal einen riesen Stapel, dicke Seile draus. Wirklich eine riesige Menge. 72 Stück ist okay. Leveln wir gleich eine Glückwaffefähigkeit mit. Stimmung ist gut. Anerkennung. Sättigung. Aber ihr habt ja Essen zur Verfügung. Also ist hier soweit alles gut. Oder muss ich das auch einstellen? Öffentliche Berechtigung? Nee, das ist es nicht. Verhalten. Automatisch essen. Achso, ist so eingestellt. Okay, okay. Bei 60% gehen sie essen. Nice. So. Dann könnte ich eigentlich mal mit einer kleinen Falle anfangen. Damit wir so einen Tutan holen können. Weil eigentlich macht das mit dem Eck gibt, der Stall ja erstmal sind. Und grüner Stahl, Baumzweige und Holzplatten. Das ist ja kein Problem. Zweige. Hier. Was noch? Dicke Seile. Oh, her damit. Jetzt baue ich hier einen Hühnerstall hin. Das ist ein fertiges Item. Cool. Dann wollte ich gleich nochmal kleine Fallen. Fischfalle. Nee. 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 Oh, wer tut das? Hätt? Bühnerfutter natürlich ergibt das auch noch Sinn. Da ist die Bauwerkstatt. Mittlere Gebäude. Da ist sie. Oh, das ging doch schon. Ja. Okay. Bauwerkstatt. Die Kiemen haben wir jetzt aber auch nicht mehr gebaut, ne? Bisschen Lehm. Mineralien. Oh, ein bisschen Lehm habe ich ja sogar. Das war ein bisschen zu viel. So. Versuchen sie aber mal. Ah, ich brauche mehr Lehm. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich Lehm herbekomme. Ich habe das jetzt aus den Kisten gedotet von denen. Was für eine Schaufel habe ich auch noch nicht gesehen. Uh. Oh, hier hast du ein paar Werkzeuge. Haben wir hier irgendwo Steine, die anders aussehen? Ich hole mir nochmal eine Spitzhacke mit. Ich gucke einfach mal, ob wir jetzt irgendwo Lehm bei rauskriegen. Gips. Okay. Feuerstein. Feuerstein. Ja, da kommt schon durch den Stein. Dicht an. Gips. Gips. Was bekomme ich denn Lehm? Türkischstein ist auch gut. Wenn wir unseren Ring irgendwann mal machen. Da passiert nix. Mal schauen, ob ich Steine sehe, die ja wie anders aussehen. Und. Das ist noch schlecht. Nicht. Nicht. Boah, Wasser wäre ne Zinni hat's. Auch gut. Geht da mal ein Haufen Zweige raus. Das geht ja voll Sinn. Auf den muss genau. Und hier habe ich gerade eine komische Sicht. Was ist los? Mein Hunger? Ja, scheint so. Ich brauche das Licht an. So, seid ihr böse oder? Ne. Doch. Oh, du bist ein Schwein. Du bist ein Wildschwein. Oh. Okay, ja, mich vorsichtig. Hier oben ist Licht an. Wir können ja hier nochmal vorne nicht nach Lehm fragen, ne? Hey, Lady, dein Hammer tut ganz schön weh, ja? Hä? Ah, hör mal auf, die Einzelne. Oh, wow. Nein, nein, nein. Steh auf, steh auf. Okay, kann ich aufstehen? Ne, ne? Du hast das Ding gedrückt. Der ist rausgetappt. Hm, da muss ich aufpassen. Das ist, das ist nicht hilfreich. Gut, wo sind meine Sachen? Da. Gut, hole ich bis zum nächsten Mal wieder ran und dann sollte das erledigt sein. Beziehungsweise. Wir haben noch keine so große Überlänge wie bei den letzten Folgen, ne? Und das dauert ja nur zwei, drei Minütchen. Oh, Papageien. Die kann man dann ja wohl auch züchten. Ei, ei, ei. Das Gute ist so, man spart sich natürlich das Schlafen und Pause machen. Ah, der Hammer, also der erste Treffer war ja sowas von unangenehm. Oh, 100 Meter noch, gut. Ausdauer. Oh, T ist die Taste. T ist die Taste. Kann man verbinden. So, wo wart ihr denn? Wo sind euer Lager hin? Weg. Ah, hier. Hast du Lehm? Ja. Danke. Obststoffhose in exzellenter Qualität. Ein Wurfmesser. Okay. Auf jeden Fall werde ich anständig mit Verbänden versorgt, wenn ich hier auf Barbanjagd bin. So, wo ist denn das Täschchen von deinem Freund? Hier. Noch ein Verband. Jeder Seite. Oh. Schön. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, ist super gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.